Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Telefonandacht heute am Sonntag, den 26. November. Es ist in unserem Kirchenjahr der Ewigkeitssonntag. Ich bin Pfarrer Hartmut Dinkel aus Gomaringen. Das Bibelwort für unsere Telefonandacht kommt aus dem zweiten Brief des Petrus, Kapitel 3, Vers 13. Es ist ein Vers aus dem Predigtext, der für diesen Sonntag, heute den Ewigkeitssonntag, vorgesehen ist. Dort heißt es, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich wiederhole, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland gibt es mehr Wahrsager als Pfarrerinnen und Pfarrer und Priester. Der Markt derer, die einem einen Blick in die Zukunft versprechen, ist unübersehbar. Im Internet, im Fernsehen, auf dem Büchermarkt tummeln sich die Astrologen und selbsternannten Zukunftsforscher in großer Zahl. So gehören zum Beispiel die Bücher über die Prophezeiungen des französischen Wahrsagers Nostradamus aus dem 16. Jahrhundert zu den Bestsellern im Buchhandel. Allein im Goldman Verlag sind zurzeit sechs Bücher über Nostradamus mit einer Gesamtauflage von 350.000 Exemplaren im Programm und werden jetzt dann bald im beginnenden Weihnachtsgeschäft die Besitzer wechseln. Wer Einblicke in die Zukunft verspricht, kann auch in der aufgeklärten Welt des 21. Jahrhunderts immer noch mit viel Interesse und guten Geschäften rechnen. Was bringt die Zukunft? Für mich persönlich, aber auch für diesen Planeten ganz global gesehen, mich beschäftigt diese Frage auch, zugegeben. Um Hinweise zu erhalten, was uns erwartet, muss sich nicht Scharlatane und zwielig die Geschäftemacher bemühen. Es reicht der Blick in die Zeitung oder in die Nachrichtenformate im Fernsehen oder Internet. Was kommt da also noch für diesen Planeten und seine Menschen und auch für uns selbst ganz persönlich? Und welchen Beitrag können wir als Christen angesichts dieses doch eher ängstlichen Fragens nach der Zukunft leisten? Durch das Kirchenjahr werden wir in diesen Tagen an die entsprechenden Antworten unserer christlichen Traditionen erinnert. Wir als Christen rechnen nicht damit, dass sich das Leben immer weiterentwickelt, bis vielleicht irgendwann einmal das Gleichgewicht der Naturgesetze aus dem Gefüge gerät und alles mit einem großen Schlag zusammenbricht. Wir beteiligen uns auch an keinen diesbezüglichen Spekulationen. Das überlassen wir den Filmemachern in Hollywood. Als Christen erwarten wir am Ende nicht die Willkür eines blinden Schicksals. Als Christen rechnen wir am Ende mit Christus. Unsere Zukunftserwartungen sind weder auf das Ausmalen von Schreckenszenarien noch auf wilde Endzeitspekulationen ausgerichtet. Unsere Zukunftserwartungen sind auf eine Person ausgerichtet, den auferstandenen und wiederkommenden Herrn der Kirche. Wir ergötzen uns nicht am Ende der alten Welt, sondern freuen uns auf den Anfang der neuen Welt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung in der Gerechtigkeit wohnt, erklärt unser heutiger Predigtext. Das heißt, liebe Gemeinde, unser Gott geht am Ende aufs Ganze. Nicht indem er alles kaputt macht und zerstört, auch nicht indem er das Bestehende repariert und renoviert, sondern er geht aufs Ganze, indem er anstelle des Alten und aus dem Alten heraus etwas Neues schafft, den neuen Himmel und die neue Erde. Eine Welt ohne Unrecht, ohne Bosheit, ohne Gottlosigkeit, ohne Tod und Schmerzen, dafür mit Gerechtigkeit, mit Frieden und innerem und äußerem Heil. Wir sagen heute oft, wir leben in einer apokalyptischen Endzeit. Mit Apokalypse und Endzeit meinen wir eine Epoche des Untergangs mit all ihren bedrohlichen und erschreckenden Begleiterscheinungen. Davon gibt es ja zurzeit auch wieder einige. Aber Apokalypse meint im griechischen Wortsinn nicht schreckende Endzeit und Untergang, sondern es bedeutet Offenbarung. Dieses Wort Apokalypse will etwas sagen von dem Erscheinen Gottes, von dem, dass es sich offenbart. Es will etwas sagen vom Zurechtbringen und Heilen unserer in hoffnungslosen Konflikten gefangenen Geschichte. Das ist und bleibt unsere Hoffnung. Und bis es soweit ist, wirken wir als Christen weiter, mutig und zuversichtlich als Hoffnungsgemeinschaft in dieser Welt. In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich, Ihr Pfarrer Hartmut Dinkel.